Lohnt sich das? Weiß ich nicht, ist aber Alkohol. Wir sagen nein. No, no, no. Dann hast du endlich Balls. Ich hab ja dann nicht gut gezeigt. Wie ist das? Ja, super. Wir sind jetzt in Weihnachtsstimmung. So Leute, was wir nämlich jetzt machen ist, dass wir ganz weirde Weihnachtsartikel von Amazon bestellt hatten. Oder Lisa hat die bestellt. Ja. Und die gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Die Premise ist, dass Weihnachten einfach eine Marketingfalle ist. Und Leute versuchen alles zu marketingen, was geht. Keine Ahnung, ich find das super wack, wenn alles einfach Weihnachten drauf hat. So bringen sie den ersten Gegenstand. Ja, okay, das ist einfach Essen. Das ist Essen. Zimt-Nikoläuse, das ist einfach, wie heißen die? Wie heißt das? Gummibären. Zimt-Nikoläuse. Und jetzt, wie schmecken sie? Ja, halt wie Weingummi. Ja, wow. Das ist einfach nur deklariert. Dass es irgendwie special ist, ist es aber nicht. Ist es aber gar nicht. Das hat sich nicht gelohnt. Aber ich seh was anderes, was sich lohnt. Das da. Nein, nein. Das. Nein. Was denn? Das? Ja. Ach so. Alter. Lohnt sich das? Weiß ich nicht, ist aber Alkohol. Das ist ja was ganz Weihnachtliches, was du da hast. Ja, ist halt Christmas Gin. Alter, Christmas Gin. Wie toll. Wie toll. Bei Gin bist du dabei. Oh, ich seh da was. Das sieht wirklich doch ganz schön aus. Hä, aber dann müssen wir den auch probieren, Lisa. Wir müssen den probieren. Ja, okay. Wir sind hier gerade dafür da, dass wir auch ein Review geben, dass wir testen, dass wir auch, dass wir sagen, ob sich Dinge lohnen oder nicht. Warte, ich kann noch das vorlesen. Dieser Gin bringt Festtagsgefühle ins Glas, edle Botanicals im Einklang mit den fruchtigen Klängen süßer Pflaumen und den würzigen Tönen von Kardamom. Wir haben richtig Bock auf süße Pflaumen, ja. Willst du, sollen wir das mischen mit irgendwas oder sollen wir das erstmal probieren? Ja, einfach so. Ich nehme einfach mal das Random Glas. Ach so, ich dachte, das hättest du dir mitgebracht. Ich habe hier kein Glas. Lisa, hier. Dankeschön. Ich, ach so, ich habe schon, ne? Ja. Okay, dann Prost. Cheers. Da ist weihnachtlicher Flair drin. Ja. Ist halt immer noch Schnaps, ne? Ja, der überwiegt halt. Aber schmeckst du denn Kardamom oder Chairo? Ich weiß nicht mal, was Kardamom ist. Ich finde den eigentlich mal du. Ich finde auch. Das kann man machen. Okay, nächste Sache. Da steht Mask drauf und ich sehe einen Weihnachtsmann. Deswegen denke ich, es sind Masken. Weihnachtsmann-Masken? Ja. Das klingt ein bisschen weird. Oh, es sind verschiedene Designs. Ach, Masken. Ach so, du dachtest... Ich dachte so Masken so, also so wie auf einem Fasching. Ja, deswegen dachte ich, es ist weird. Es ist 2021. Wir haben sehr lange Pandemie und du denkst, bei Masken zuerst an Faschingsmasken. Ja, als du gesagt hast, das sind so Weihnachtsmann-Masken, habe ich irgendwie an Weihnachtsmann-Masken gedacht. Das glaube ich aber auch nicht mal. Das Design? Deine sieht cooler aus, aber als meine. Das sieht schon sehr wack aus. Okay, dann nächste Sache. Was ist das? Warte. Warte, ich packe es aus. Dann erkennst du, was es ist, okay? Das ist gut. Das ist ein gutes Weihnachtsding. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das hier in der Ritze zu haben, ist ja super unangenehm. Und vorne hängt dann das hier. Oh, guck mal da, Digga. Geh mal kurz raus, zieh das mal an, komm gleich wieder rein. Ich habe ja da nicht guck gezeigt. Okay, machen wir weiter. Pringles. Pringles. Eine Christmas Edition? Ja, aber hört sich das immer so an bei Pringles? Hört sich ein bisschen kaputt an. Das ist... Unnötig. Das ist unnötig, ne? Ja. Aber es ist ja exakt derselbe Inhalt. Es steht nicht mehr drauf. Stimmt, hier steht ja Original. Es steht ja Original drauf. Dann probieren wir doch mal. Das sind halt normale Pringles. Ganz normale Pringles. Schmeckt so ein bisschen abgestanden. Okay, das heißt, hier sagen wir wieder, wir wollen das nicht. Nächster Gegenstand. Weil es muss noch weihnachtlicher werden, glaube ich hier. Wenn das nicht stilvoll ist. Ganz rot. Das greift ja richtig an, so. Dieses Rot, das ist ja widerlich. Aber das kannst du anziehen. Ist das meine Größe? Ich habe angegeben, keine Muskeln, länger nicht trainiert. Guck dir das mal an, Junge. Ja, passt halt überhaupt nicht auch zu, äh, passt zu nichts, also. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier näher rangehe, so, wenn man die Hose nicht sieht, dann könnte es auch so ein Onesie sein. Könnte auch so ein kompletter. Ja, jetzt sieht es sehr Pyjama-mäßig aus. Das ist sehr Pyjama-mäßig. Aber weißt du, was man stattdessen tragen sollte lieber? Was? Ich finde, Spark könnten Leute tragen. Voll die gute Idee. Also, wenn ihr nicht so aussehen wollt, sondern cooler, dann könnt ihr jetzt Spark tragen. Hier, das tolle Spark-T-Shirt. Das hat vorne so ein Ding drauf, mit so versetzten Farben. Und hinten diesen Schriftzug. Den fein fühle ich so sehr. Kann ich das ausziehen? Nein, nein, das bleibt jetzt an. Hallo? Dann, nächster Gegenstand. Weiter. Weißt du, was das sein konnte? Ja, aber es ist auch nichts Weihnachtliches. Also, ist da jetzt noch ein Clou? Ne, es ist einfach, es sieht aus wie Schnee. Warte doch. Es ist ja weiß wie Schnee. Warte, warte, warte. Warte, warte. Oh! Das ist doch cool. Das ist doch cool. Und ich setze das auf. Ja, setz es mal auf. Ich meine, du bist schon sehr Weihnachtlich. Deswegen wollte ich dir das jetzt nicht antun. Ist das eigentlich, kann es irgendwann anfangen zu brennen oder so? Das werden wir dann sehen. Ja, man sieht doch die Lichter, aber wir müssen nicht dunkler machen. Ja, es ist jetzt, es ist aber, sie haben sich Mühe gegeben. Ich finde, sie haben sich Mühe gegeben. Ja, ist eine Idee, aber sollte man noch daran arbeiten, vor allem an dem. Das kannst du dir wieder angucken. Ja, mein weihnachtliches Buch. Gärten des Grauens, die Weihnachtsedition. Also, so sieht das Cover von dem Buch aus, die Weihnachtsedition. Vorgärten, hässliche Vorgärten. Man sieht hässliche Vorgärten. Die aber Weihnachts-themed sind. Was ist hier an Weihnachts-themed? Ganz kurz. Okay, das war... Ich sehe nichts. Ja, guck mal, Niederl hat eine Mütze aufgehabt. Der, der... Hä, das reicht schon für die Weihnachtsedition? Ich glaube, die sind sehr beschränkt in ihren Sachen, die sie ins Buch bringen können. Ich habe auch eher einen unnötigen Flair. Dass man das als Weihnachtsedition rausbringt, fühlt sich für mich eher unnötig an. Ja, auch normal. Würdest du dir Gärten des Grauens angucken, wenn es nicht Weihnachtsedition wäre? Das ist so ein Buch, das hat man auf dem Klo. Ey, das ist voll das Schöne. Hä? Das finde ich voll schön. Hä? Das da ist doch kein Grauen. Das ist einfach nur... Das hat sogar Grün. Das ist einfach nur eine Treppe. Hä, das ist wunderschön. Okay, das ist eigentlich doch ganz lustig zum Durchblättern. Ja, guck, es ist lustig. Sonst würden wir es ja nicht tun. Also, ja, es ist unnötig, aber es ist fun. Okay, 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 okay. Letztes. Das gebe ich dir auch einfach. Was ist das? Straight up. Schau, dann hast du endlich Balls. Shots feiert. Es hat was. Ja. Es hat was. Würdest du es so tragen? Wäre das ein Ding? Ohne Witz? Ja. Ich glaube, aus Scheiß werde ich das Weihnachten tragen. Einfach funny. Kann man auch mal abfeiern. Aber ich fand, der Gin war am besten bis jetzt. Genau, das war der am wenigsten unnötigste. Das war die am wenigsten unnötigste Sache. Kein Sponsor übrigens. Also, es ist jetzt nicht ein Placement oder so. Wir sind fertig, ne? Ach so. Mach mal ab, Mod. Abonniert Rezo. Ich muss überlegen, was man alles so machen kann. Also, Rezo abonniert, damit ihr so coole Videos nie wieder verpasst. Einen Daumen hoch geben. Ja. Und einen Kommentar da lassen. Könnt ihr einfach mal sagen, was ihr euch holen würdet. Und Lisa auf Instagram folgen, weil sie ist immer noch Single. Da könnte man noch ein bisschen was reißen. So, deswegen. Sehr nice. Es war mir ein großes Fest. Und ich wünsche euch eine gute, gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.